Lotte, du hast es aufgemacht. Schau mal. Hallo ihr Lieben, jetzt sind... Ich habe auf dem Display so einen Fleck und dachte, ich habe den auf der Stirn. Jetzt sind alle Babys von alleine wieder reingekommen und die einzige, die noch draußen ist, ist die Holly. Holly liebt es nämlich draußen zu sein. Mausi, du bist die Letzte. Magst du noch ein bisschen draußen sitzen? Lotte, hast du ein Problem mit meinem Ski-In-Haul? Hm? Eindeutig, ha? Maus, ihr Kind. Was denn? Also die Lotte ist hier gerade in meinem Bett am Gange und ich wollte euch zeigen, was ich mir dieses Mal wieder von Ski-In aussuchen durfte. Ich war die Tage schon bei meinem Paketfach, habe das Ganze abgeholt, aber hatte bis dato noch keine Zeit, euch das Ganze zu zeigen. Also ich zeige euch jetzt die Sachen. Ich habe mir auch wieder Notizen gemacht, was... Leute, du irritierst mich. Also ich habe mir Notizen gemacht, was die Sachen kosten und aus was sie bestehen. Zum einen habe ich mir diesen Blazer ausgesucht. Den habe ich schon mal in rosa. Den seht ihr da hinten hängen an meiner Kleiderstange. Und ich fand den so schön und der sitzt so gut, dass ich mir den jetzt nochmal in weiß bestellt habe. Beziehungsweise ist das mehr so Cremefarben. Der hat drei Viertelärmel und hier unten ist er nochmal so ein bisschen gerafft am Ärmel. Und dann hat er hier auch noch Taschen. Die sind aber eher aufgenäht. Ich weiß nicht, manchmal kann man das ja bei Blazern aufmachen. Auf jeden Fall hat er noch einen Schalkragen und der sitzt wirklich gut. Ich habe ihn in der Größe M bestellt. Ich habe ja so breite Schultern und deswegen nehme ich bei Jacken oder Blazern meistens das Ganze gerne ein, zwei Nummern größer. Je nachdem, wie es halt ausfällt. Der Blazer kostet 24 Euro und besteht aus Baumwollmischungen. Musik Dann habe ich mir noch einen Top ausgesucht und zwar ist das asymmetrisch. Das ist nämlich hinten um einiges länger als vorne und das hat lange Ärmel. Langsam muss ich mich für den Herbst eindecken und hat hier noch an den Ärmeln so Knöpfe. Und das Top kostet 13 Euro und ist zu 100% aus Baumwolle. Und dann habe ich mir noch ein Jeanshemd. Und zwar besteht das aus Zellwolle, ich glaube Zellwolle ist sowas wie Baumwollnachbildungen oder irgendwie sowas in der Art und das kostet 17 Euro, hat lange Ärmel und das hat jetzt vorne wirklich Taschen, also das sind echte Taschen, da kann man auch mit der Hand reinlangen und dann hat es noch Druckknöpfe. Und dann haben wir noch einiges. Und dann schauen wir's. Und dann schauen wir's. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich mache mir jetzt schon mal die Pizza fürs Abendessen in den Ofen. Jetzt sind alle Babys wieder raus. Für die Babys habe ich auch schon Abendessen vorbereitet. Und ich glaube, ich werde die auch langsam wieder reinholen. Heute gibt es die hier Pizza Hawaii von Wagner, die Steinofenpizza. Und als Nachspeise Cookie Dough von Ben & Cherries. Habe ich gestern schon aufgemacht und gegessen. So, gehen wir wieder rein. Gehen wir wieder rein. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ich war heute übrigens nach der Arbeit nochmal bei Harald. H&M und habe mir jetzt doch die Kette geholt. 7,99 kostet die. In Silber, die gibt es ja auch noch in Gold. Und ich finde die echt so schön. Und vor allen Dingen hat die von der Kette her ein etwas stabileres Material. Dass es nicht so leicht reißt. Ich hatte nämlich schon mal eine Kette von H&M und die war etwas dünner und die ist dann sofort gerissen. Aber die ist so ein bisschen stabiler und ich finde die echt total schön. H&M hat im Moment eh total viele schöne Ketten. Ah, so könnt ihr es ganz gut sehen. Der Brunner sitzt da wie in so einem Fahrgeschäft und hält sich vorne fest. So, meine Pizza ist fertig. Und die Butter steht bereit für den Rand. Macht das eigentlich noch jemand von euch, dass er auf den Rand Butter macht? Oder bin ich da die Einzige? Ja, wer steht denn da? Wer steht denn da? Wer möchte ein Obst? Hm? Oh, das wird gleich weggetragen. Oh, und Simba hat auch Obst gehört. Komm her. Oh, es ist fein. Oh, und die Lotte möchte auch. Hier Holly, du hast doch jetzt schon Obst bekommen. Hä? Du hast doch jetzt schon Obst bekommen. So, dann verabschiede ich mich mal von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich unterstützen mögt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.